Moin Moin Freude der Nacht und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Hand Showdown, diesmal Solo gegen Duos, mich hat's geritten, echt. So, und ich hab grad gesehen auf der Map, ähm, Devon Crench und da hinten ist eigentlich gleich ein möglicher Spawnpunkt. Oh, ich sag's, ich sag's. Es ist ein Spawnpunkt da hinten und da ist auch tatsächlich einer gespawnt oder zwei, müssen ja eigentlich theoretisch zwei sein. War gar nicht so weit weg hier, war gar nicht so weit weg. Oh, Tio schreibt noch. Da hinten. Da. Oh. Das kam jetzt von links. Oh, das war auch schon recht nah. Er kommt. Er kommt. Ach, zu spät. Fächert. Und liegt im Dreck. Also, sie liegt im Dreck. Oh, das ist ein Zombie, oder? Ja. Ach. Nein. Nein. Schlag zu. Ach, Junge. Puh. So. Wo ist sein Teammate? Geh' ich mal hier links rüber. Da ist die Map zu Ende. Da habe ich... Kann er sich schon mal nicht von links an mich anschleichen. Theoretisch ist dann nur noch von vorn möglich, dass er von vorn auf mich zustürzt. Oder dass er sich von rechts an mich ranpirscht. Aber bis jetzt tut sich da nichts. Schüsse. Aber die waren weiter weg. Keine Bewegung. Keine Geräusche. Aber ich geh' mal langsam zu meinem Opfer hin. Mal sehen. Was ich so aus ihr rausholen kann. Nö. Nö. Ich seh' Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Na dann. Lootet. Die Sportsfreundin. 50 Dollar. Naja. So, jetzt brauche ich eine Lampe. Lampe hier. Munition. Aber Lampe sehe ich nicht. Wenn du eine Lampe brauchst, ist keine da. Aber... Ob ich da rübergehe. Ne, das ist mir zu riskant. Vielleicht wartet der oder die nur darauf, dass ich da hinkomme. Ich guck mal hier schnell in das Haus. Dann muss das ja irgendwo eine Lampe geben hier. Kann ja nicht sein. Sonst schmeißen die dich tot mit den Dingern. Aber jetzt wenn... Hallo? Ruhe da oben. Warte, ich komm hoch. Frisst Stahl, du Schwein. Ne, keine Lampe, Alter. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Sonst haben die Kisten weiße Lampen. Wollen wir schnell hingucken, ob die noch da liegt. Nicht, dass sie gerade aufgehoben wird. Ne, liegt noch. Alles ready. Tja, entweder war die allein oder der und... Oder sein Kamerad oder ihr Kamerad hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, endlich eine Lampe, Menschenskind. Wird ja auch Zeit. So, warte jetzt, Schwester. Jetzt kriegst du es. Ich habe es besorgt, Schwester. Dir nicht, aber gleich. Jetzt, da, zack. Jepp. So, und nun... Falls sie nicht allein war oder falls ihr Teammate noch in der Nähe ist, muss der jetzt reagieren. Sonst ist er wirklich allein. Ein armer Zombie, eine verirrte Seele. Na gut, dann... Warte ich jetzt hier mal. Es muss ja was passieren jetzt. Also, wenn jetzt keiner kommt, dann war sie entweder allein oder... Sportfreund, Kamerad, Kameradensau hat sich aus dem Staub gemacht. Man sieht und hört nichts. Ich glaube, der ist weg. Der hat sich verpisst. Als er gehört hat, dass die Tote umfiel, da hat er sich aus dem Staub gemacht. Das war ihm nichts. Er geht ja wahrscheinlich... Ja, stimmt. Er geht ja wahrscheinlich davon aus, dass ich auch zu zweit bin. Und da hat er sein Heil in der Flucht gesucht. So. Der hinten wird geschossen. Mein erstes Opfer schon. Kurzer Blick. Das war Alice Farm, würde ich sagen. Okay, da ist der Hinweis. Den hole ich mir auch noch. Dann weiß ich, wo der Boss ist. Und alle anderen wissen auch, wo der Boss ist. Und dann gibt es dort ein Gemetzel. Hoffe ich. Ich werde mich natürlich geschickt anschleichen. Scheiß Raben davon schon wieder sehe. Wo ist der Hinweis? Ach, na, ganz toll. Da oben. Auf dem Klo ist nichts los. Scheiße. Wenn ich da drüber springe. Ich gehe drum rum. Ich will die Raben nicht aufscheuchen. Ui. Und das war gar nicht mal so weit weg. Und da liegt einer. Da liegt einer. Wahrscheinlich die Schüsse, wo ich doch recht gehabt habe. Mit Alice Farm. Ganz wunderbar. Noch besser hätten sie das Ding nicht platzieren können. So. Ja, scheiß Fichter. Alter. Ich stehe ja nur hier oben. Pratsche breit. Sichtbar für alle. So. Jetzt schnell den Typen noch mal gucken hier. Ob ich den noch looten kann. Ja. So. Schnell, schnell. Los, los. 75. Na bitte. Geh doch. Aha. Segemühle. Mann. Kommt einfach keiner. Ich habe gedacht, hinten schön von Planchett. Über die Baumstämme. Aber keine Sau kommt. Oh. Oh, die sind ja schon da. Ich sitze hier ewig und drei Tage und warte in meinem scheiß Gestrüpp. Und hier ist schon die Action. Ich habe nichts gehört. Ich sehe auch nichts. Und jetzt ist auch wieder Ruhe. Es waren auch bloß... Es war praktisch keine Antwort. Also auf die Schüsse gab es keine Schüsse zurück. Wahrscheinlich hat er auf den Boss geschossen. Oder die. Also ne. War ja bloß einer, der geschossen hat. Ja, ich halte es nicht mehr aus in meinem Gebüsch. Ich muss da jetzt ran. Ich muss sehen, was da los ist. Aber schön vorsichtig. Man weiß ja... Oh, hier ist jemand in der Nähe. Also hier ist schon mal jemand. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie weit die Range... Ja, das war jetzt der Boss noch zusätzlich dazu. Wie weit die Range reicht. Für diesen Hinweis, dass hier jemand sitzt. Oh. Die Spinne. Ist da jemand drin? Hört sich so an. Sie ist ziemlich aufgebracht. Seid ihr das einer schon halbwegs drin? Oder ziemlich nah? Schritte. Kommt der von rechts? Von links? Hört sich an wie rechts. Oh. Scheiße. Mist. Ah, kommt links. Links. Er kommt von links, oder? Ja, links. Er klettert die Leiter hoch. Ah, da. Schön Headshot jetzt. Nein! Er ist aufgestanden. Ja! In der Luft weggeschossen. Oh. In der Luft weggeholt. Was für ein meisterhafter Schuss. So. So leise, leise. Jetzt gucken, wo der Typ ist. Der halt die Spinne so rebellisch macht. Oh, da schleicht er. Da unter der Treppe. Da. Au. Au. Komm, 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 komm. Ja. Das war er. Da. Da zuckt auch nicht mehr. So, Nummer 3. Bin mal gespannt, wie viel sie hier noch umtreiben. Wäre schon mal nicht schlecht. Drei Jäger in einem Solo-Rand. Vielleicht wird sie auch nur Nummer 4 und Nummer 5. Man weiß es nicht. so schnell. So schnell. So schnell. 100 Dollar. Alter Schwede. Äh. Hier liegt einer. Da liegt einer. 2, 3. Warte mal. Ich 2, die 2 sind 4. Mit mir sind es 5. 1 habe ich bei Devontrench erschossen. 1 habe ich unterwegs gefunden. Sind 7. Wenn man davon ausgeht, dass sein Partner weggerannt ist von dem ersten 8. Der wird sich verpisst haben. 8. So, jetzt brauche ich eine Lampe. Ich brauche wieder eine Lampe. Ich sehe keine. Diese scheiße Lampen. Sonst stehen die überall rum. Hm. Da. Endlich. Ich habe über den ganzen Hof gerannt. Für diese eine scheiße Lampe. Schnell zurück. Aber hat keiner auf mich geschossen? Ich bin unterwegs. Ich glaube. Hier ist auch keiner mehr. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier keiner mehr ist. Wenn müsste er jetzt aktiv werden und sein Kumpel dort retten. Warte noch. Ich brauche noch die Lampe für den anderen. Der da vorne liegt. Vielleicht haben die. Ich weiß es ja nicht. Ob die zusammen gehört haben oder nicht. Das ist halt die Sache. Ich habe irgendwie komplett den Überblick verloren. Da lagen zwei. Ah, da. Sehr schön. Da lagen zwei. Schon unter der. Unter dem Haus. Da ist noch eine Lampe. Alter. Jetzt, wo ich eine habe, schmeißen sie sich wieder tot mit dem Zeug. So, jetzt schnell den Kameraden anfackeln. Bis jetzt hat keiner auf mich geschossen. Ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass ich allein bin. Eventuell kann man davon ausgehen, dass der Server nicht komplett voll war. Ich gehe mal ganz, dass der eine vorhin weggerannt ist. Ach ja, hier lag ja auch noch einer. Den habe ich ja vorhin gesehen, als ich die Lampe gesucht habe. Nochmal, das sind dann fünf Tote mit mir sechs. Den einen, den ich Devon Trench erschossen habe, sieben. Der eine, der bei Alice Farm lag, acht. Der Kumpel von dem einen, der rausgerannt ist oder abgehauen ist. Neun. Wenn man noch, ja, wie gesagt, davon ausgeht, dass der Server nicht komplett voll war. Oder dass andere gesehen haben, dass der Boss da oben in der Ecke ist und sich verpisst haben, weil ihm der Weg zu weit war. Kann man schon, denke ich, gut davon ausgehen, zu 90 Prozent, dass hier keiner mehr ist. Aber ich finde halt keine Axt oder so. So, erst die Lampen, jetzt keine Axt. Auf dem ganzen Areal nicht eine Axt gefunden, nichts. Nochmal schnell hier. Ach, ich bin voll. Keine Axt, keine Axt, keine Axt. Ich könnte kotzen. Mensch, sonst liegt das Zeug doch haufenweise irgendwo. Da wieder eine Lampe. Jetzt habe ich Lampen. Jetzt, wo ich die Lampen nicht mehr brauche, habe ich Lampen. Jetzt brauche ich extra. Dann nehme ich den Hammer. Ist das... Tut keine Axt, nichts. Nur dieser Hammer. Na gut, dann auf zum Boss. Kriegt sie es eben mit dem Hammer. Die wird totgehämmert. So, ich stelle Ausdauerspritze rein. Dann habe ich eine Minute Zeit. Und der... Komm her. Und der euch ordentlich Schaden anrichten kann. Bleib stehen. So, jetzt. Jetzt. Zack. Komm. Aha. Hä? Wo ist meine Ausdauer hin? Komm. Ja. Oh. Oh. Das verstehe ich nicht. Wo ist meine Ausdauer? Ich denke, die... 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 Das sind mir fehlende Worte. Die kleine Spritze sorgt doch dafür, dass du eine Minute lang keine Ausdauer verbrauchst. Die Minute kann doch nicht rum gewesen sein. Nach dem ersten Schlag. Das ist mir jetzt zu blöd. Das verstehe ich nicht. Ja. Oh. Da habe ich eine auf den Arsch gehauen. Zack. Ah. Raus. Raus. Ui. Akklimatisieren ja an Sicherheit. Ja. Wo... Wo sind die denn hergekommen? Komm her. Oh. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Hat die mich doch noch erwischt. Ich glaube es ja gar nicht, Alter. Blöde Kuh. So. Und dann wieder rein. Puh. Jetzt kriegt ihr... Jetzt kriegt ihr den Rest, die Kuh. Noch drei Schläger. Schätze ich. Drei ordentliche Treffer und... Dann ist ja Schluss. Ihre Lieblingsecke da oben. Yep. Komm, komm, komm. Bäh. Nein. Ah. Aber ich muss sagen, eigentlich ist sie echt human. Ich habe die Spinne schon extrem schlimmer erlebt. Nur einmal vergiftet. Bis jetzt noch nicht umgerannt. So, Ausdauer ist wieder voll. Komm her. Spitzfreund. Komm. Komm runter. Ja. Zack. Und. Zack. So. Die war wirklich echt easy zu killen. So. Dieser Lärm. Ich brauche eine Falle. So. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Jetzt brauche ich Fallen, Alter. Was ist denn heute los? Wenn ich Lampen brauche, keine Lampen. Wenn ich extra brauche, keine extra. Wenn ich Fallen brauche, keine Fallen. Na, ich gehe mal raus. Hier drin ist mir zu gefährlich. Na, so. Schön. Keine Schüsse. Nichts. Ja. Ich sage es doch. Ich bin allein. Jetzt hole ich mir meine Trophäe und dann mache ich mich aus dem Staub. So, wo muss ich hin? Alan, Fischsohn. Zu Alan, dem alten Fischsohn. Na, dann raus hier. Da ist das Boot. So, die schieße ich noch mit ab. Bin ich mal gespannt, wie viele Punkte ich jetzt bekommen habe. Dreijäger, die Spinne. Sollte schon einiges zusammenkommen. 275 Dollar bis jetzt 550 Dollar. 575. 675, sehr schön. 755. Ein gepanzerter. Alter. Zweijäger. Was? Was? Wieso zwei? Wo ist Nummer drei? Hä? Die wollen mich jetzt verarschen, oder? Ich habe doch drei Jäger erschossen, Alter. Das gibt es doch nicht. Die betrügen mich doch hier um einen Jäger. Aber ihr habt es gesehen. Es waren drei Jäger. Ich schwöre, Alter. Scheiße. Mist. Betrug, wohin man sieht. Überall wirst du abgezockt. Bis auf die Haut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020